Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir suchen uns mal wieder ein paar Inseln raus, damit wir auch noch ein paar Tierchen mehr haben können. So, die nächste wäre eigentlich hier um die Ecke, wenn wir mal da hingehen. Die Batterie können wir auch mal gleich irgendwann aufladen. So, ist ja gleich schon da vorne. Ja, und wir bewegen uns auch dahin. Mit drei, ne mit fünf von den Dingern, die da gehen trocken ziehen, nice. Können wir eben einlagern. Mit fünf Masten, da wird es auf jeden Fall schnell gehen. Hier hatten wir das. So, haben wir hier das Wasser soweit? Ja, das Wasser ist soweit. Das hier wird ja Maschinenraum dann später. Ne, oder? Ne. Hier wird quasi Aufbereitung. Hier wird Maschinenraum. Ist ja groß genug dafür. Dann heißt das, dass wir das da und das da eigentlich wegmachen können. Früh oder später. Wie sieht es hier jetzt mit den Blumen aus? Die müssen ja zoweit sein. So. Und nochmal nachgießen. Dann können wir auch mal eben unser Werkzeug wieder rausholen. Den Pinsel, den werden wir gleich brauchen. Ui. Da hat es geruckelt. Ja. Die Insel ist schon gleich da. Nahe, alles gut? Ich glaube, die sehen wir auch schon gleich da hinten. Wie sieht es jetzt mit den... Netzen aus, unten? Ja, wieder ein bisschen was gefüllt, natürlich. So, hier alles rein. So, hier alles rein. Hier muss auch noch... Hier muss auch noch umgestrichen werden. So. So. Und da hinten noch. Dann müsste ich jetzt eigentlich der Boden oben soweit fertig sein. hier alles. Hier alles. Hier haben wir alles durch. Dann wollen wir da. Da haben wir da schon die Insel. Da ist schon die Insel. Dann können wir wieder auf die andere Ausrüstung wechseln. für die insel die ausrüstung da werden wir ein sperr brauchen oben müssen wir wieder neu machen den werden wir brauchen dann das ding werden wir wieder brauchen das nehmen wir als reserve mit das nehmen wir mit und dann packen wir hier hin und er speichert schon wieder nähern tun wir uns dem jetzt gerade irgendwie gar nicht und da ist ein gulle war auf jeden fall machen wir einmal motor an dann werden muss sein bewegen auf jeden fall ja weil wir auch gerade gegen den wind versuchen zu fahren ja nice auf jeden fall da freue ich mich schon drauf endlich wieder eine größere insel aber keine story relevante insel dann schauen wir mal was wir da alles kriegen entdecken ich hoffe wir kommen auch an titan apropos titan wir müssen gleich unser titan mal umbunkern also hier einschmelzen so und jetzt und los tschüss bis gleich so wo ist bruce dahinten da wird auch irgendwo ein harry bett sein definitiv ah the forest die musik nice wir nehmen eh alles mit was wir hier jetzt kriegen weil wir auch unsere lagerräume voll machen müssen definitiv nun werden wir jetzt auch nicht so viel brauchen da haben wir ein lama die schnappen uns aber später wir machen erstmal alles andere voll da hatten wir das hühnchen und ich hatte jetzt nicht die waffe gehabt aber es hat lange bei uns jetzt stehen geblieben ohne abzuhauen ich glaube gulliver werden wir jetzt noch nicht klein kriegen für heute meine ich weil wir jetzt keinen bogen haben jetzt ist die frage haben wir noch explosives pulver hier irgendwo ja harry wert alles gut ja beide gehen auf mich los hier harry wert und gulliver es sei denn der vogel hat auch einen anderen namen ich weiß dass der creature oder so genannt wird so jetzt ist die frage wo haben wir erde wir brauchen erde definitiv da ist die höhle da finden wir erde so hier haben wir schon mal ja ok dann warten wir bis er weg ist so haben wir das nehmen wir auch noch mit den schmutz brauchen wir so reserve schaufel noch mehr erde haben wir hier doch hier sonst nur da draußen hier zweimal so er wird uns erstmal in ruhe lassen glaube ich nur gulliver nicht und dann ja komm genau hier war der weg nach oben so ein hühnchen werden wir definitiv brauchen und eins von den lamas da ist noch ein baum da ist noch ein baum ja wir nehmen erstmal einfach alles mit jo danke gulliver so dann können wir eben vielleicht die kokosnuss uns gönnen groß gulliver ok hier ist jetzt erstmal nix nur noch da unten wahrscheinlich beim shop die bäume und wassermelonen hier noch eine kiste hier hinter ist keine nehmen wir die hier noch mit so und so ach mehr bäume haben wir hier nicht was hat er hier im shop ach hier hat er noch keinen titanbarten ne da warte mal das musste hier sein ne silberalbum fundamentzähler fortgeschrittene kleine anbaufläche tic tac toe ah hier hat er titanerz und kühlschrank lange zugbrücke kurze zugbrücke feldflasche aufgrund der teilplanke piraten sonder angler hut taucher halt so schimmer kanäle netz knabberer Ja, okay. Müllwürfel müssen wir erstmal wieder herstellen. So, hier irgendwo. Da. In die Richtung. Die Richtung. Da oben. Hier. Im Stein. Na ja, ich hoffe, dass wir in die Tarn drin sind. Jau, ganz drei Titanen. Nice. Und damit hast du immer noch nicht voll. Ne, welche Richtung? Die Richtung. Ah, okay. Es ist schon oben, oder? Hier irgendwo. Okay, es ist oben. Dann gehen wir mal hoch. Wieder mal. Hier. 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 Ah, geil. Das finde ich super jetzt. Und nochmal drei. Da haben wir wieder Prisby Chicken. Irgendwo muss noch einer sein. Ich hoffe es zumindest. Es scheint da unten auch irgendwo. Aber wir gucken erst mal hier oben. Jo. Ah, hier in die Richtung. Jo, wir kommen näher. Irgendwo hier. Hier. Jo, wieder so ein Ding. Nice. So, dann gehen wir erst mal unsere Taschen leer machen. Weil wir schon sehr viel jetzt eingesammelt haben. So, und da vorne. Das nehmen wir auch noch mit. Jo, danke Bruce. Ah, das nehmen wir auch nochmal mit. Jetzt sind wir voll. Kopfgrühe. Meistens mal mal weg. Was haben wir hier? Palmblatt, Palmblatt. So, was können wir hier reinpacken? Die ganzen Planken auf jeden Fall. Hier die Palmblätter. Boah, haben wir wieder viel. So, schnottern wir wieder was. Haben wir hier was? Jo. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. 18 Titanbahnen haben wir jetzt. Ja, da kommen wir wieder gut in Fahrt, sagen wir mal so. So, 5 Erde. Hier packen wir Seile rein. Und hier die Steine. So, hier hatten wir jetzt die Samenbank. Was haben wir hier? Spielzeugroboter. Jo, sieht sehr schön aus auf jeden Fall. Kleine Sammlung haben wir schon. Was haben wir noch im Inventar? Ja, Lebensmittel packen wir da hinten hin. So, was können wir hier? Jo, passt. So, dann brauchen wir jetzt das, dem Detektor. Jetzt eben das. Und wir haben nur ein Netzkanister. Was brauchen wir für wen hier? Explosives Pulver. Den wir aktuell nicht haben. So, holen wir zuerst das Lama oder das Hühnchen. Ich glaube, das Lama ist einfacher. Ich glaube, das Lama ist einfacher. Ich glaube, das Lama ist einfacher zu schnappen als das Hühnchen. Nein. So, kommt und... Ich habe jetzt geschlossen. Nein. Okay, ich habe jetzt nicht geschlossen. haben wir ihn ja wir haben wir können schnüppeln ich weiß schon wie wir das lama nennen werden so hühnchen werden wir wahrscheinlich ein andermal uns holen so ich habe ihren freund mitgebracht den ändern war sogar da können wir jetzt mal schnüppeln wo mal eben eine schere kriegen wir jetzt wahrscheinlich wolle das können wir hier packen und die schere ist hier weil wir schnüppeln ist eine wolle haben wir jetzt jetzt fehlen nur noch die eier jeder haben wir jetzt gelernt finden wir das hier unter ausrüstung wahrscheinlich hier jeder helm schützt ein kostbares gehirn ist ein oberkörper 50 verholz blättern was brauchen wir dafür wolle und leder das war es dann jetzt haben wir wieder hunger können wir uns mal eben hier was können wir uns gönnen hier davon haben wir mehr als genug so was können wir noch eben machen wir brauchen die diese anbaufläche hier in der wiese genau nutz planke und kunststoff nehmen wir so viel mal mit nehmen wir so viel mal mit so eins eins zwei dann packen wir den rest wieder hier rein und hier genau so dann kriegen wir nochmal zwei felder und jetzt brauchen wir wieder wasser so hier im kater geht es hier ganz gut finde ich das wird hier alles noch wiese ja du wirst dich freuen so gucken wir mal wegen farbe unten wie weit das ist ach wir hatten hier keine farbe reingetan ja aber hier ist zumindest von soweit und so können wir jetzt farbe unten wieder hin ballern und uns mal satt machen so können wir hier auch wieder wir können von hier eigentlich gehen so pinsel packen wir hier hin warte so waffe waffen waffen hier ist das berg und sonst haben wir hier nur die ausrüstung schaufel da hin pferde kann hier hin achs kann hier hin das kann hier hin und hier dann würde ich sagen wir düsen von hier weiter die hülchen holen wir uns irgendwann später noch dazu jetzt haben wir erstmal zwei haustierchen was ist denn jetzt los irgendwo hängen wir fest ja dann drehen wir so wenn er nicht anders will noch ein bisschen so ach daran sind wir aufgeprallt ok ja dann ist es also gewesen ist nicht mehr so wichtig so wie weit ist die farbe ja ja nice und haben wir hier wieder was aufgefangen eine planke zwei planken die können wir eben auf den grill schmeißen damit die hier fertig werden und dann können wir oben weiter färben hier vorne zumindest da fehlt ja noch alles ah hier die seite hatten wir jetzt mal gefunden ok so 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 und so so nice das machen wir auch nochmal schwarz das ist schwarz so dann fangen wir hier mit an und und hier nice wo ist die nächste insel wir verlassen ja die eine gerade hier das dauert wahrscheinlich bis zur nächsten insel dann würde ich sagen vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer nox deus und ciao so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020